Willkommen, mein Lieben, ja, hier ist dein neuer Minecraft-Torek zu mir mit, Remind, der ein Klopf kleiner ist als ich. Hallo, oh, oh, hallo, ja, herzlich willkommen, wir spielen gemeinsam Captive Minecraft. So, man muss erst mal hier sehen. Baby, was ist das? Und wieso habe ich einen neuen Skin? Richtig, den hat sich ein bisschen umgezogen, er sieht phänomenal gut aus. Ja, weil wir spielen das hier mit einem neuen Snapshot, Remind, ich muss das gleich erklären, was das hier alles ist. Und zwar? Das ist ein neues Projekt, was fast jeden Tag oder fast jeden Tag kommt. Richtig. Und jetzt dachte ich mir, benutze ich so den neuen Skin, den ich extra schon habe, aber er funktioniert noch nicht so ganz. Eigentlich ist das so ein extra Layer, dass der so ein bisschen so aussteht und so weiter. Aber die Haare sehen schon mal gut aus. Die Haare sind schon so... Und ich bin Kopf kleiner als er, das passt von der Proportion im echten Leben eigentlich auch, also von daher haut das hin. Ja, du musst jetzt die ganze Zeit geduckt gehen im Projekt, okay? Okay, das war so wie so ein Quasimodo. Okay, wir haben hier Captive Minecraft und das funktioniert so, wenn der Dner jetzt mal so lieb ist und E drückt, um das Inventar zu öffnen. Passiert nämlich folgendes. Ähm, weiter? Können wir das einfach mal zeigen? Jetzt musst du erstmal suchen. E ist neben... So, und jetzt seht ihr, dass diese World Border, an der wir uns befinden, sich vergrößert. Das heißt, wir haben jetzt die Welt um ein paar Blöcke erweitert und können jetzt durch das Öffnen des Inventares, was ein Archivement darstellt. Wir können hier durchgehen. Genau, aber nur ein bisschen. Richtig, man kann nur so ein bisschen raus. Weiter geht's nicht. Guck, ich kann auch... Aber scheiße. Außerhalb dieser Welt kann ich nichts aufmachen oder die Kiste. Mir wird ganz rot hier, als ob das irgendwie komische Nebenwirkungen von irgendwelchen Drogen sind, wie die wir neulich genommen haben. Wie viel, so weißt du noch. Das sollte doch unter uns bleiben, oder? Ja, okay. Ja gut, dann stellen wir das einfach raus. Jedenfalls geht es darum, wir haben hier, wie gesagt, Achievements. Wenn man jetzt mal guckt, können wir ja bei Optionen gucken, können wir hier schauen. Moment, wo ist es? Moment, weil genau da haben wir hier Statistiken. Nee, Quatsch. Erfolge. Und da haben wir hier unsere Achievements. Und die Achievements müssen wir alle freischalten, damit sich die Welt aufs Maximum vergrößert. Das heißt, die vergrößert sich immer ein bisschen, wenn wir ein Achievement erreichen. Das heißt, die, die bei Options stehen, wo waren die nochmal? Die stehen beim New und dann zurück zum Spielen. Darunter ist links unten ein Erfolg. Achievements. Genau, und die kann man sich dann angucken. Wir müssen eine Workbench machen. Richtig, das machen wir jetzt mal. Wie denn? Ich kann hier noch einen Baum nicht abbauen. Doch, kannst du. Ich bin kein OP, mach mich OP. Achso, ist klar. Okay, Moment. Ja gut, das... Hallo, aua, nein. Achievement Get, Revin ist ja getötet. Nein, 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 bitte nicht. Ich spawne irgendwo am Arsch der Welt, da muss ich wieder hier runterfliegen. Ich habe das Achievement Fighter vergrößert. Und jetzt geht die Welt schon wieder größer, wie ihr das seht. Nee, ich kann nicht mehr weiter raus. Doch, das dauert ja ein bisschen. Du siehst ja, wenn das hier so grün ist, dann... Ne, guck. Hä? Ja, jetzt ist... Das wird immer einen halben Block vergrößert. Echt? Ja. Also wir haben jetzt quasi schon dreimal Dreifeld. Oh Gott, dann sind wir die ganze Zeit ja voll eingesperrt auf so einem Minifleck. Du siehst doch gerade, dass wir Hunger bekommen. Das heißt, das wird auch noch so ein Problem werden. Aber es wird ganz lustig. Dreifeld, wir sind voll... Oh! Oh, nee! Was denn? Hm. Nein, nein, nein! Nicht! Oh, wo kommt die her? Wer war plötzlich da? Die soll weg. Hier ist schon wenig genug Platz hier. So, ich habe auch hier gerade schon, wie gesagt... Ihr habt das auch gemacht! Ne. Jetzt habe ich kein Holz mehr! Oh. Doch, da... Oh Gott! Wir müssen uns besser absprechen. Hier geht es nämlich um Ressourcen sparen. Hoffentlich... Da ist doch ein Block drunter, wer Glück hat. Da sind wir gut drin, glaube ich. Oh, oh. Das war aber richtig dumm von uns, ne? Die scheiß Kuh hat mich abgelenkt! Wieso? Was habt ihr denn getan? Lasst ihr doch leben! Ah, wir haben ein Zeppelin bekommen. Das ist sehr schön. Das ist sehr gut. Das heißt, hier kann ein neuer Baum wachsen. Bei mir ist übrigens gerade... Guck mal, was ich gebaut habe. Keine Facecam, ja. Guck mal, was ich gebaut habe. Das ist clever. Bei mir ist gerade keine Facecam am Start, weil ich... Guck mal, ich baue mich einfach unter der Grenze durch. Oh. Das geht nicht, nein. Scheiße. Oh, wir sind echt die falschen Leute für das Projekt. Wir machen nur Schmerzen. Nein, 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 wir schaffen das schon. Wir werden hier produktiv und unterhaltsam den Leuten den Spaß am Minecraft vermitteln. Guck da, habe ich schon wieder größer gemacht. Ich weiß auch, warum Mojang das eingeführt hat in diesen Snapchat. Damit die Leute endlich mal diese beschissene Achievements machen, die man eigentlich normalerweise nie macht, weil die kacke sind. Richtig. Und jetzt müssen wir all diese Achievements machen. Trauerlicherweise. Monster Hunter, Kautipper, wir müssen irgendwas... Oh, ein Kuchen kann man backen. Dann mach doch mal Kautipper, wenn du die Kuh tötest, haben wir schon mal wieder ein Achievement mehr. Echt? Ja. Guck da. Achievement get! Ja. Ich habe... Ich habe... Nein. Ich habe gerade keine Facecam, weil ich gerade ein wenig fertig aussehe. Ach, ich auch. Kein Problem. Ich habe gerade eine halbe Stunde geschlafen. So, warte mal, warte mal. Ich glaube, das gibt auch ein Achievement hier. Ja, Mann. Nein, warte mal. Lass die doch vermehren, oder? Kann man die vermehren? Wie denn? Mit Samen. Warte. Oh, ich habe Samen. Hast du? Wie viel hast du? Plötzlich kommen überall Samen raus. Wo hast du? Wie viel hast du denn? Zwei. Einmal Liebe und zweimal Liebe. Liebe, 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 liebe. Ja. Oh, guck mal, das kleine Babyhühnchen. Das nennen wir... Das ist Marc. Wieso haben wir dafür keine Achievement bekommen? Äh, da gibt es keine Achievement für. Man kriegt nicht alles. Geschenkt dir den, aber man muss für manche Sachen hart arbeiten. Stirb. Warum? Warum? Kein Achievement. Kein Leben. Wieso tust du das? Kein Achievement, kein Leben. Weißt du? Ganz normal. Okay, wir können jetzt hier unten... Warte, ich gucke mal ganz, was wir noch haben. Ich habe keinen Bock, mit dir zusammen das hier zu machen. Okay, soll ich gehen? Wirklich, also das ist auf diesen engen Raum, da brauche ich ein bisschen, mal ein bisschen Privatsphäre, okay? Man sieht jetzt einfach, wie viele Achievements es gibt. Guck mal, Junge, wie krass das ist. Ja, ist ja auch klar, sonst wären wir ja ewig hier auf so einem kleinen Fleck eigentlich. Ich mache uns mal einen Ofen, das bringt nämlich wieder ein Achievement und so können wir quasi die Welt Stück für Stück vergrößern und eine glückliche gemeinsame Familie aufziehen. Das hatte ich mir auf jeden Fall erhofft. Können hier Monster reinlaufen von draußen? Äh, ich glaube, draußen spawnen gar keine Monster, die spawnen innerhalb nur dieses Radiuses, meine ich zumindest. Und, äh, ja, was machst du da? Baust du dir ein Haus? Ich wohne hier alleine. Äh. Oh. Nein. Das ist wild! Nein! Wir wollen hier alleine wohnen. Richtig, weißt du, wir machen ein Twitter-Projekt, ich wohne hier alleine. Kannst nur, kannst draußen bleiben. Mann, guck mal, ich hab mir richtig viel Platz gelassen, ich wollte extra da nur alleine wohnen. Ja, das tut mir natürlich leid. Dir tut gar nichts leid. Doch, doch. Du sagst immer, äh, tut mir leid, Entschuldigung, hab dich lieb und dann denkst du, alles wäre in Ordnung, aber so darf das nicht in einer Beziehung sein. Hast du noch einen Stick, Dehner? Nee. Hast du doch. Nur in meiner Hose. Hast du echt keinen Stick mehr? Ähm. Einen müsst du noch haben eigentlich. Joa. Dann gib mir bitte einen davon. Dann kann ich nämlich schon das nächste schiefen und machen. Ähm, joa. Am Anfang ist es halt echt einfach. Guck mal, ich hab mir Jörg geschert ohne Jörg drauf an. Das ist fake. Das ist ein Schwein, das töten wir nicht, okay? Bitte. Nein! Warum? Guck mal, der kann nicht weglaufen. Der Trottel. Der auch nicht. Aua! Aua, nee, nee, nee. Ich hab ein Schwert. Oh, ich kann nicht weglaufen. Pass auf, mein Freund. Übrigens sind da hinten Skelett... Nee. Was ist das da hinten? Ich kann nicht ran so mal. Was sind Blumen? Das sind Blumen, du Vogel. Uuuuh, blumen. Okay, ähm, warte mal ganz kurz. Wollen wir einen Baum zichten? Ja, womit denn? Mit Licht, Wärme, Liebe und Baumier. Hast du Baumier? Nee. Ja, also. Aua. Ähm. Hast du eine Spitzhacke gebaut? Ja, hier. Auch eine Steinspitzhacke? Ja. Das ist gut. Weil, ich kaufe ein bisschen Kohle für, ja? Ja, ja. Wee, wee. Guck mal, das hab ich gewusst, ohne dass ich in mir die Chiefs einsortet habe. Da steht immer noch, dass du dieses Hühnchen getötet hast. Ich weiß nicht, warum. Entschuldigung. Ähm, wir müssen einen Ofen machen schon mal. Ich mach das schon mal, ja? Ja, ja. Den hab ich doch schon hier oben. Oh, gosh. Der ist schon in deinem Haus drin. Ja, warum machst du denn nicht zum Beispiel, äh, haben wir noch Holz? Nee. Wow. Ein Holz haben wir noch, warum? Ein Holz? Ja. Wo? Hier. Ich mein, ein Rohholz? Nein, für Kohle haben wir nicht. Gibt's dafür denn, gab's dafür in der Chiefment, ja, ne? Ich glaub, ja. Für Fackeln? Warte mal. Ja, wahrscheinlich. Außerdem brauch ich einfach Fackeln hier unten, sonst sieg ich nämlich nichts. Oder wie ist das hier eigentlich gestellt? Kann ich noch höher stellen? Ich glaub nämlich nicht. Da müssen wir, da müssen wir erstmal Kohle farben, Alter. Ja, das mach ich jetzt ja gerade. Es ist Nacht und wir haben nichts. Du hättest das Kack-Hühnchen nicht töten sollen, Alter. Was hat das Hühnchen mit der Kohle zu tun? Nein, das Hühnchen, ich habe eine emotionale Bindung dazu aufgebaut, zu dem Hühnchen. Verstehst du? Und deswegen kannst du keine Kohle mehr finden, oder was? Ich identifiziere mich doch immer mit dem Minecraft-Objekt. Wieso baust du denn keine vernünftige Treppe hier, du Penner? Ich bin auf der Suche nach Kohle. Der ist doch Kohle. Oh, ich hab Kohle. Was ist das hier für ein Stein? Scheiße. Hast du noch einen Stick? Ja, einen. Gib mir her. Oder sollen wir daraus Essen machen? Nein. Hä, was sollen wir daraus Essen machen? Schwein am Stick, oder wie? Schwein am Stick. Hast du nicht von der Kuh was bekommen, was Essen? Ja, zwei. Dann gib mir das mal, dann brate ich das mal. Komma, ich hab Licht gemacht. Sehr schön. Gib mir das mal von der Kuh, dann geh ich das mal braten. Hm, ich brate. Ja, du hast aber keine Kohle. Hm, aber ich hab Holz. Hm, ich bin Dinger. Ja, ich hab Holz. Hm, in meinem Kopf. Hm, hm. Hey, hey. Hey. Was ist das hier für ein Stein? Soll ich wirklich das letzte Holz dafür verwenden? Das letzte Holz? Nein, warum das letzte Holz? Ja, weil ich ja nur mit Holz braten kann. Dann nehme ich lieber ein bisschen. Ich hab doch Kohle. Kohle. Ich hab auch Kohle. Aber ich hab Kohle. Außerdem gibt es ein Achievement, wenn man was macht oder nicht. Ich glaub schon, ja. Wenn man irgendwas kocht, mein ich. Oder Fischbrett, glaub ich, war das. Man kann nachschauen, was für Achievement es gibt. Dieses eine blöde Hühnchen soll aus dieser scheiß Höhle hier rauskommen. Sofort. Sonst tötet ich es. Und seine Eltern. Jetzt wird gekocht, mein Lieber. Yeah. Crystal Mave Waterbite. Wup, wup. Nee, Froster. Ja, ohne Witz. Dena hat mir einen Vortrag gehalten. Nach der Gamescom. Äh, natürlich. In der Geisteszustand von ihm. Völlig unverändert und normal. So wie immer. Ähm. Wie toll doch Frostergemüse ist. Und ich hab mir einfach eine halbe Stunde lang anhören müssen. Das ist richtig praktisch. Die Vitamine werden damit eingefroren. Sowas hast du noch nicht gesehen. Das ist richtig gesund. Und die Nährwerte sind echt toll. Wirklich. Das kann man einfach in die Pfanne tun. Und ich war heute einkaufen mit einer Freundin. Sie sollten mir sagen, dafür, dass es ein Fertiggericht ist, ist es gut. Und ich war heute einkaufen und musste einfach, hab einfach Frostergemüse gekauft und musste einfach Dena da zitieren. Es ist einfach. Es stimmt aber auch. Aber nicht nur Frostergemüse, sondern auch die Sachen, wo schon Fleisch aufsetzt. Oh, guck mal, wir können gleich hier eine Kiste. Hier ist gleich eine Kiste. Wenn wir die aufmachen, vielleicht ist auch was zu essen drin. Oh, oh. Nee. Oh nein, oh nein, oh nein. Machen wir gleich ein Schwert. Frieden, 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 Frieden. Wieso hast du ein Schwert? Frieden, 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 Frieden. Wieso hast du ein Schwert? Frieden, 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 Nein, Hör auf, hör auf. Dena, ich hab ein halbes Herz, bitte. Okay, Todeschoß. Hör auf, wir haben noch ein Herz. Wir sind so dumm. Was machen wir, wenn wir sterben? Das Licht ist aus. Pumarang! Ich werfe Feuer auf dich! Ich werfe die Steine an den Kopf. Aua! Lass mich in Ruhe. Lass uns lieber Achievement gucken, was wir jetzt nicht machen. Hier ist ein Hühnerei. Vielleicht können wir das werfen. Vielleicht kommt da ein neues Ei. Probier. Bitte, bitte, bitte. Du hättest ein Hühnchen nicht töten sollen, du kleiner, mieser, dreckiger. Warte mal. Okay. Das nächste, was wir machen müssen, ist... Eisen finden, glaube ich, ne? Wir müssen erstmal Time to Strike machen. Was ist denn das? Use Planks and Sticks to make a sword. Das habe ich doch schon. Oh, das habe ich schon gemacht. Ich bin Refi, ich habe das schon gemacht. Hast du schon Time to Mine? Hast du schon ein Hot Topic gemacht? Ja. Hä, das kriegt man aber nicht, weil wir zusammen sind. Ich muss jetzt auch noch ein Steinschwert machen. Ja, dann macht er das doch. Ja, wie soll ich denn? Hast du noch Holz? Ne, wir müssen erstmal warten, bis der Baum gewachsen ist. Wir können jetzt nichts machen, solange der Baum nicht wächst. Ja gut, das... Da ist ein Ei. Werfen wir es am Boden. Komm, vielleicht klappt es ja. Oder du musst den Ofen machen, nee, gar nicht, hä? Wir haben... Nein, nein, nein. Die Welt ist ja schon vergrößert. Also pass auf, ich habe jetzt folgende Achievement schon gemacht. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, dass das sich nicht connectet. Aber ist ja auch logisch, weil die Achievement für einen einzelnen Geld... Du musst was braten. Was denn? Hast du irgendwas zum Braten? Ja, ich habe doch köstlicher Fisch hier. Ja, dann brate den Fisch. Ich habe doch keinen Fisch. Wir sollen den Fisch braten. Nein, irgendwas musst du braten, damit du das Achievement Hot Topic bekommst. Weil ich konnte das Achievement Hot Topic nicht bekommen, weil ich nicht den Ofen gebaut habe. Ja, hast du denn das... Wir haben uns gegenseitig das Achievement weggenommen. Hast du das Kuhfleisch denn noch? Ähm... Ja, aber ist schon fertig gebraten. Oh, nein! Schmeckt auch ganz gut. Du dummer... Na, auch den da! Warum? Schmeckt mal gut geschmeckt. Stirbschwein. Dieses Achievement gibt es gar nicht, was du erzählst. Doch. Das heißt Hot Topic. Oder was ist Hot Topic sonst? Ich glaube, das ist mit dem Ofen, oder? Heißer Angelegenheit. Siehst du? Keine Achievement. Hä? Oh, nee. Aber was ist denn das Achievement Hot Topic? Oder hast du das schon? Das war das mit dem Ofen. Dass du den Ofen gebaut hast? Ja. Ach so. Das heißt, wir müssen jetzt runter Eisen finden. Das ist jetzt das... Oh, lol. Äh, ja. Gut gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt runter Eisen finden. Oder Fisch. Ja, aber Fisch ist... Oder Diamanten. Ja, Diamanten ist eigentlich relativ... Äh, doch. Hast du schon eine Hau gemacht? Nee. Aber wir haben ja keinen Ofen. Äh, keinen Baum. Ah, scheiße, Alter. Alles wegen dem scheiß Baum. Okay, dann müssen wir jetzt... Ja, weil Monsieur ja meinte, er müsste noch eine zweite Crafting Bench bauen. Äh. Ja. Wo ist mein Tomahawk? Ich hab gar noch nie einen Tomahawk gesehen. Übrigens, wenn wir nicht gleich ganz viel Glück haben, haben wir gleich keine Spitzhacken mehr, weil wir haben kein Holz, um neue Spitzhacken zu machen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, nee, heißt das. Ich hoffe mal, dieser blöde Baum wächst. Ich hab mal zu denken, eine Schaufel. Mit der Schaufel kann ich den ganzen Gravity... Also das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal, dass wir jetzt Eisen, wie gesagt, finden. Ja. Ja, und dann? Ich baue mich hier schon runter. Ich höre schon Zombies. Boah, das ist richtig knapp gerade. Ich bin auch, wenn man Zombies tötet, oder? Wenn man Zombies tötet... Ja, Monster Hunter gibt es dann, glaube ich. Ja, siehste. Und dann können wir die Kiste öffnen und dann sind da ganz viele neue Sachen drin wahrscheinlich, mit denen wir auch alles tiefen machen können. Richtig, genau. Vielleicht ist da auch irgendwie so ein Schwert oder sowas drin. Oder Essen oder sowas, was ganz cool wäre. Ich bin immer noch traurig, dass du dieses Hühnchen getötet hast. Jetzt hör auf mit dem Hühnchen. Es trifft mich halt. Wie baust du... Dena, wie? Oh, ich hab eine Riesenhöhle gefunden. Ist da Eisen drin? Oh, ein Creeper. Ach, hoffentlich geht der drauf, der Junge. Wie, zum Teufel, baust du deine Kack... Deine komischen Gänge? Ich verstehe das nicht. Jeder normale Mensch baut hier so, dass man da runterlauft. Oh, shit, oh, shit. Oh, nee, oh, nee. Oh, hier sind 10.000 Leute. Ich werde sterben. Oh, nein. Komm schnell runter. Oh, ich bin schon tot. Ich auch. Scheiße. TP dich zu mir. Schnell, schnell, schnell. Nee, ich komm runter. Ich komm runter. Das geht schon. Hast du schon gespawned, oder? Ja, genau. Es hat geklappt. Ich hatte mein Getötet, die World-Potel wurde vergrößert. Yes, Maria und Josef. Ich bin der Monster-Hunter. Josef. Oh Gott, wie viele Monsters sind hier. Oi, 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 oi. Oh, oh, oh. Oh, explodierender Creeper. Oh, oh, oh. Revi sagt, dass ich gut bin. Ja, du bist sehr gut. Das muss man dir lassen. Mhm, stimmt schon. Das hast du wirklich. Also, da bin ich gerade noch ein bisschen beeindruckt von dir. Ich habe einen getötet. Du bist heftig. Du bist einfach krass. Und weil ich den getötet habe? Habe ich den getötet? Und weil ich den getötet habe? Ist er tot. Und deswegen haben wir den Achievement bekommen? Warte mal, hier unten ist noch Eisendehner. Komm mal hier runter. Nee, aber oben können wir jetzt an die Kiste ran. Was ist denn da drin? Ja, weiß ich nicht. Wieso hast du mich hier unten eingebaut, du Vogel? Och Mann. Der macht dir einfach alles zu. Der geht nach oben und schließt dir einfach alles ab. Hm. Selber. Selber, selber. Lachen alle Kälber. Ich habe ja nicht mal so eine scheiß Hacke dabei. Ich glaube, dass es... Du hast keine Hacke dabei? Nein, du hast ja meinen Tom auch weggenommen. Entschuldigung. Okay, ich gehe jetzt zur Kiste, okay? Ja, danke, dass ich dabei sein darf bei diesem nostalgischen Moment. Der wahrscheinlich das komplette LP... Deda, ich komme nicht hoch wegen dir. Ehrlich nicht. Ich habe... Aber... Ich habe... Aber... Ja, du hast... Da ist ein regular Potato drin und goldene Nuggets. Wie viele goldene Nuggets? Sechs. Und ein String. Dann lass das mal alles da drin. Ja, du bist doch da. Ja, ich habe es jetzt geschafft. Aber ich musste mich per Hand abbauen. Ich habe alles wieder reingetan. Ich habe... Ich habe Bauenmehl. Ich habe Bauenmehl, Alter. Warte mal. Ja, schnell. Dann lass den Baum... Bauen wir mal hier den Ofen ab, dass wir genug Platz haben für den Baum. Okay. Ja. So, ich habe jetzt 21 Bauenmehl. Ich setze den Baum noch woanders hin. Zentral. Dass wir ihn vielleicht hier hinsetzen. Dass es ein großer Baum wird. Entschuldigung. Genau. Und bauen wir die Craftingmanage noch ab. Mach doch du. Ehh. Mach doch du. So, warte. Ja. Bam. Okay, jetzt abbauen. Schnell. Oh. Revi. Langsam, aber sicher kommen wir voran mit den ganzen Retreatments hier. Das freut mich auch. Mich macht das auch gut. Sollen wir hier mal einen Cut machen zur nächsten Folge dann? Weil wir jetzt hier einen schönen Abschluss haben. Okay. Dann machen wir jetzt einen Cut. Dann gehe ich das morgen weiter mit Minecraft Captive. Ja. Wie hat das überhaupt gemacht? Aua. Hat das hier einen Feen gemacht? Ein Modder? Oder hat das einer von Mojang gemacht? Das habe ich in Zusammenarbeit mit Gomme gemacht. Nein, sag. Nein, das hat, ich glaube, das ist von einem Forum Menschen. Okay. Aber zum Spiel erst durch eine neue Feenstelle von Minecraft, richtig? Genau. Okay. Alles klar. Das heißt, wenn wir das hier machen, haben wir Minecraft durchgespielt irgendwann, ne? Nehme ich an, ja, ja. Wenn wir alle Achievements haben. Wie viele Achievements gibt es denn? Es gibt richtig viele, die erweitern. Achso, gerade sehen wir noch nicht alle Achievements, ne? Genau, genau. Die erweitern sich immer wieder. Ah, okay. Ach, krass. Das heißt, die wissen noch gar nicht, wo uns das alles hinführt. Ja, dann mal schauen, was die Abenteuer wir auch toll haben erleben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht es weiter. Schaut auf jeden Fall bei Review vorbei. Link ganz oben in der Beschreibung. Ich bin gerade einfach in meine Webcam, aber ich habe die nicht an. Tschüss. Tschüss. Immer nur an Liebe, denkt der Junge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.